Diese Aktien kaufe ich jetzt im April 2023. Jeden Monat gibt es wieder spannende Aktien und Wertpapiere, die ich für das Finanznerd-Depot kaufe und dir in diesem Video vorstellen möchte. Außerdem gibt es ein Update zu unserem Community Finanznerd-Depot und wir verkünden den oder die monatliche Gewinnerin unserer Performance-Verlosung. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und in diesem Video zeige ich dir die Aktien, welche es im April 2023 für 1.000 Euro ins Depot geschafft haben. Also danke für jeden fleißigen Teilnehmer und Zuschauer unserer Videos im letzten Monat und wenn du keines unserer Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch jetzt gern direkt unseren Kanal. Starten wir also mit Platz Nummer 3 und einem Konzern, der in der letzten Zeit an der Börse doch eine Achterbahnfahrt der Gefühle hingelegt hat. Ich persönlich finde die Aktie aber, genau wie ihr anscheinend, echt spannend und es gab nun sehr gute Neuigkeiten aus der Politik, dazu noch eine Analystenempfehlung und zusätzlich auch sehr gute neue Geschäftszahlen, wie du gleich sehen wirst. Die Rede ist von Fairbio oder ausgesprochen Vereinigte Bioenergie und die fleißigen Zuschauer hier auf Finanznerd kennen den Biokraftstoff, Gas und Düngerhersteller wahrscheinlich schon aus dem einen oder anderen Video. Denn so sehr sich das Geschäft nach Zukunft anhört, Fairbio betreibt dieses bereits jetzt äußerst profitabel. Neben den Chancen, die wir zuletzt schon im Video vom August 2022 näher beleuchtet haben, wie den Ausbau des Geschäfts in Nordamerika und besonders Indien mit seinen riesigen Strohreserven und Bioabfällen, die Fairbio eben erfolgreich zu Kraftstoffen und Biomethan machen kann, kommen jetzt nach vielen Negativgerüchten aus der Politik auch mal sehr gute Nachrichten für den Konzern. Nachdem 2022 sowohl Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und auch die Bundesumweltministerin Steffi Lembke von den Grünen mehrfach den Kurs von Fairbio haben einstürzen lassen durch ihre Vorstöße in Richtung drastischer Einschränkungen für Biokraftstoffe und deren Herstellung, kommen jetzt ganz andere Signale aus der Politik. Zum einen hat jetzt die EU ja E-Fuels überraschend und auf Druck von der FDP als Ausnahme und Alternative zu den fossilen jetzigen Kraftstoffen vom Verbrennerverbot 2035 akzeptiert. Und dazu kommen dann auch gleichzeitig noch die Ergebnisse aus dem Beschlusspapier des Koalitionsausschusses 2023 und darin das klare Bekenntnis der Bundesregierung und ich zitiere Für die Erreichung von Klimaneutralität im Verkehr spielen klimafreundliche Kraftstoffe, insbesondere E-Fuels, eine wichtige Rolle. Ein Hochlauf der Produktion und Nutzung wird daher bereits kurzfristig angereizt. Wie wir sehen, geht es dabei zwar insbesondere um E-Fuels, aber eben generell um die Stärkung von klimafreundlichen Kraftstoffen. Liest man nämlich die 16 Seiten der Ergebnisse weiter durch, findet man noch den für Fairbio-Anleger besonders wichtigen Punkt Besteuerung nach Klimawirkung. Und dort heißt es unter anderem, dass für erneuerbare und fortschrittliche Biokraftstoffe und E-Fuels geringere Mindeststeuersätze gelten sollen. Und genau da kommt ja Fairbio als Marktführer in Europa ins Spiel. Denn anders als bei den E-Fuels, die chemisch hergestellt werden und aktuell alles andere als wirtschaftlich und preislich konkurrenzfähig sind, ist die Entwicklung von biologisch gewonnenen Biokraftstoffen viel weiter und bereits in der Praxis eingesetzt. Zwar sind diese aktuell noch etwas teurer als die konventionellen Kraftstoffe, werden aber auch noch stärker besteuert, was sich ja, wie wir gelesen haben, ändern soll. Schon heute verursacht der Biodiesel von Fairbio laut Angaben des Konzerns 90% weniger CO2-Emissionen als normaler fossiler Diesel. Und der Biokraftstoff könnte direkt die bestehende Tankinfrastruktur nutzen, ein Problem, welches ja Wasserstoff und gerade bei Elektrosäulen noch besteht. Die neuen Potenziale sind also durch die jetzigen Ereignisse absolut gestiegen, auch wenn Fairbio alles andere als abhängig vom deutschen Markt ist. Allein Indien sitzt ja auf unvorstellbaren Summen an Bioabfällen, die bislang kaum bis gar nicht genutzt wurden oder einfach schlichtweg verbrannt. Jetzt aber werden seit einigen Monaten dort Strohreste in einer ersten Kooperation mit Fairbio in einer Anlage zu Biomethan weiterverarbeitet. Statt also Nahrung oder anderweitig verwendbare Güter zu Energie zu machen, wie es ja manchmal hierzulande dargestellt wird, kann das eben zu einem großen Teil auch durch Bioabfälle geschehen. Und Fairbios Technik ist soweit, dass man am Ende die eigenen Abfälle wiederum noch zu Biodüngerproduktionen verwendet und damit zusätzliche Einnahmen erzielt. Aber gefühlt dreht sich ja auch der Wind, wie eben erwähnt, jetzt gerade auch in der EU und in Deutschland. Dabei lassen sich die Geschäftszahlen jetzt schon sehen. Das Jahr 2022 war das Jahr überhaupt für Fairbio mit 80% Umsatzwachstum, einer fast Verdreifachung beim Betriebsergebnis und einer mehr als Verdreifachung beim Nettoergebnis von 93 auf 316 Millionen Euro. Dies lag natürlich auch an den rasant gestiegenen Preisen im Energiemarkt, die uns ja alle monatelang in den Schlagzeilen und auch im Leben mitbegleitet haben mit allen möglichen Horrorszenarien. Mittlerweile haben sich diese Preise wieder etwas normalisiert, wodurch auch Fairbio natürlich weniger für ihre Erzeugnisse bekommt und dadurch nicht direkt wieder den nächsten Rekord hinlegen wird. Das ist klar. Lässt man aber die Spitzenwerte 2022 etwas außen vor, so ergibt sich übergeordnet seit 2018 ein ganz klarer Wachstumstrend bei den Umsätzen und auch bei den Gewinnen. Dabei darf man aber auch nicht vergessen, in welchem Sektor Fairbio tätig ist und wie viel Geld dort auch immer wieder in neue Investitionen fließt. Dabei nicht nur einen Gewinn zu erzielen, sondern jetzt gerade auch gleichzeitig eine Bewertung mit einem KGV von aktuell 9,18 an den Tag zu legen, finde ich als Anleger doch attraktiv. Dabei muss ich natürlich auch etwas auf die Europhoriebremse treten. Die Aktie ist nach wie vor sehr schwankungsanfällig und volatil. In den letzten knapp zwei Jahren war zwischen 35 Euro je Aktie bis 85 Euro alles dabei und das gleich mehrfach. Deshalb würde ich persönlich Fairbio natürlich auch immer nur beimischen. Aber das KGV passt aktuell. Die Signale aus der Politik auch, dann die guten weltweiten Aussichten für den Sektor, dazu die prognostizierten Geschäftszahlen mit durchschnittlichem Umsatzwachstum von rund 15 Prozent pro Jahr und Nettoergebniswachstum von geglättet 26 Prozent PA zwischen 2023 bis 2025. Und noch dazu ein interessanter Kurs aktuell, etwas über der so wichtigen Unterstützung bei 42,70 Euro. Das sind nach wie vor sehr gute Zutaten für einen Börsenerfolg in der mittelfristigen Zukunft, aber vielleicht sogar auch kurzfristig. Wenn die Widerstände bei rund 47,14 Euro und 49,72 Euro durchbrochen werden können, zumindest meiner Meinung nach und anscheinend auch eurer Meinung und damit euer Platz Nummer 3 im Monat April 2023, Fairbio. Und wo wir schon bei Kursen, Geschäftszahlen und Börsenerfolg sind, empfehle ich dir die kostenlose Seite Marketscreener. Sämtliche Börsen weltweit, dazu Aktienempfehlungen und Analysen, außerdem alle wichtigen Geschäftszahlen aus der Vergangenheit, aber auch Marktprognosen für die Zukunft, zusätzlich ein hilfreiches Chart-Tool und ständig aktualisierte News direkt zu deiner gesuchten Aktie. Also wirklich alles auf einer Seite, test es einfach selbst kostenlos über den Link unten in der Videobeschreibung. Viel Erfolg damit. Und neue Erfolgschancen seht ihr wohl auch bei der Aktie auf Platz 2. Und das ist in diesem Monat Adobe. Die jetzt gerade ja mit einem Release für Aufsehen gesorgt haben, das den Konzern in Zukunft noch viel bedeutender machen kann. Und das angesichts der jetzt schon vorherrschenden Marktstellung in vielen Bereichen. Adobe braucht man wohl nicht mehr groß vorstellen durch PDF, Video- und Bildbearbeitung, aber auch Datenverarbeitung und das in mehr als 40 Kategorien als der Marktführer. Dazu nur zwei, drei Zahlen am Rande. Allein im letzten Jahr wurden mehr als 400 Milliarden PDF-Dateien in Adobe-Produkten geöffnet. In den USA wurden bisher mit Adobe Analytics bereits mehr als eine Billionen Besuche auf E-Commerce-Webseiten analysiert. Und 90 Prozent der Kreativnutzer greifen tatsächlich auf Adobe-Produkte zurück. Und das Nutzerwachstum hört dabei nicht auf. Zum Beispiel auch durch die immer größer werdende Zahl von Creatoren, Influencern und Co. Laut der Studie Future of Creativity von Adobe arbeiten weltweit mittlerweile 303 Millionen Menschen in der Kreativwirtschaft rund um Waren, Dienstleistung und Online-Inhalte, wovon allein seit 2020 165 Millionen neue Creator, wie sie Adobe nennt, dazugekommen sind. Doch damit nicht genug. Denn jetzt hat Adobe, wie erwähnt, eine neue Stufe gezündet. Und diese trägt den Namen Firefly. Den ja auch der ein oder andere von euch in die Kommentare beim Voting geschrieben hat. Denn klar, im Rahmen der KI-Euphorie möchte sich der Platzhirsch in Sachen Bilder und Grafiken natürlich nicht abhängen lassen von den Woche für Woche erscheinenden Neuerungen. Ja, es gibt mittlerweile MidJourney, ChatGBT und viele andere. Aber Adobe möchte jetzt eben genau seinen Vertrauensvorsprung bei 100 Millionen von Nutzern nutzen. Aktuell ist zwar nur die Beta verfügbar, doch selbst diese zeigt schon, was Adobe uns da bieten möchte in Zukunft. Dabei konzentriert man sich in der Beta-Version aktuell noch auf die KI-basierte Erstellung von Bildern und Textgrafiken. Doch künftig sollen Nutzer auch mittels der KI nicht nur Worte in Bilder und Text umwandeln können, sondern beispielsweise auch in Audios, Videos und andere Illustrationen. Ein Vorteil, den Adobe Firefly hat, ist, dass man hier immer nur auf lizenzierte eigene Stock-Footages, Bilder und Videos zurückgreift und damit dann auch das Endprodukt höchstwahrscheinlich kommerziell genutzt werden kann. Diese Frage steht ja zum Beispiel bei MidJourney immer noch rechtlich gesehen aus. Außerdem sollen die Nutzer Firefly ganz bequem mit bestehenden Diensten und Tools von Adobe verbinden können, so wie man es ja auch gewohnt ist. Natürlich gibt es gerade ohnehin viel Neues rund um KI, aber Firefly gehört Adobe-typisch gleich zu einer ganz neuen Produktfamilie generativer KI-Modelle und soll künftig ein eigenes Firefly-Ökosystem schaffen und so auf mehreren Plattformen für die Nutzer verfügbar sein. Passend dazu hat der Konzern erst kürzlich eine neue Partnerschaft mit dem Grafik-Spezialisten, wie kann es anders sein, Nvidia angekündigt, um gemeinsam eine neue Generation fortschrittlicher KI-Modelle zu entwickeln. Außerdem eine erweiterte Partnerschaft mit dem Luxuskonzern Prada. Hier soll nämlich die Softwarelösung von Adobe helfen, unter anderem einheitliche Kundenprofile zu erstellen, große Mengen an vorhandenen Daten zu kombinieren und personalisierte Daten über alle Kanäle hinweg in Echtzeit zu liefern. Auch der Autobauer General Motors möchte seine Kunden besser verstehen und Kundendaten bündeln und dabei lässt sich der Konzern in Zukunft ebenfalls von Adobe unter die Arme greifen, durch die Softwarelösung Adobe Experience Cloud. Eine weitere Neuerung für Adobe ist eine Kooperation mit dem Technikkonzern BlackBerry Limited, ja den gibt es immer noch, zur Bereitstellung sicherer Formulare mit elektronischen Signaturen. Diese ist dann auch für gängige, mobile Plattformen konzipiert. Die Partnerschaft erlaubt es BlackBerry zudem, die Adobe Experience Manager Forms Software von Adobe weiter zu verkaufen, wovon wiederum natürlich Adobe profitiert. Und dann noch die Nachricht, dass Microsoft seit diesem März 2023 den Adobe Acrobat Reader für Privatnutzer fest in Windows 10 und 11 mit einbindet. Das heißt, dass Microsoft Edge dann PDF-Dateien mit der Technik von Adobe anzeigt, Unternehmen können noch bis 31. März 2024 die alte PDF-Technik nutzen, bevor dann aber auch hier Adobe Acrobat den Part komplett übernimmt. Die Integration in Macs soll im Übrigen auch noch folgen. Diese ganzen Schritte könnten bei Adobe natürlich neben der reinen Kundenbindung auch für einen weiteren Umsatzschub sorgen, sollten sie in Microsoft Edge Werbung für ihre kostenpflichtigen Adobe Abos schalten können. Neben diesen positiv behafteten Neuigkeiten bleibt leider aber auch weiterhin die Ungewissheit rund um die geplante größte Firmenübernahme von Figma für 20 Milliarden US-Dollar, die aber bereits seitens der Behörden nämlich kritisch beäugt wird. So bereitet das Justizministerium der USA wohl gerade eine Kartellklage vor gegen diesen Deal und auch die EU möchte diesen Fall noch einmal genauer prüfen. Somit könnte die Übernahme von Figma durch Adobe also auch noch verhindert werden. Welche Auswirkungen das dann auf die Kursentwicklung haben wird, bleibt allerdings noch abzuwarten, denn auch bisher fanden die Anleger und der Markt diese Idee an sich auch überhaupt nicht gut. Für viele erschließt sich einfach von außen noch nicht, warum Adobe bereit ist, einen so hohen Preis für Anteile der Firma Figma zu bezahlen. Immerhin entspricht dieser Preis dem 50-fachen des jährlichen Umsatzes von Figma und schon das 50-fache des Gewinns wäre ja eine hohe Bewertung. Schauen wir uns nun aber die Geschäftszahlen von Adobe an, die stehen für den Konzern weiterhin trotz des vergangenen Kurseinbruches fundamental auf grün. Hätte Adobe im Geschäftsjahr 2021 noch einen Umsatz von 15,78 Milliarden US-Dollar, einen Gewinn vor Steuern und Abschreibung von 8,04 Milliarden, konnten diese auch im vergangenen Jahr 2022 wieder einmal deutlich steigern, nämlich auf 17,6 Milliarden Dollar Umsatz und 8,8 Milliarden Dollar beim Gewinn. Auch die Umsatzentwicklung auf lange Sicht ist einfach beeindruckend und tatsächlich konnte Adobe in jedem Quartal seit Q3 2014 seine Umsätze steigern. Einzige Ausnahme, das Q2 2021 war minimal schwächer als das Q1 2021, was aber auch an einer überproportionalen Steigerung vorher lag. Also kein Schwächezeichen. Und die Prognosen gehen in dieselbe Richtung und das auf diesem hohen Niveau. So soll der Umsatz im Jahr 2025 auf über 24 Milliarden Dollar angestiegen sein und damit jedes Jahr um rund 10 Prozent steigen. Und noch besser sieht es beim erwarteten Vorsteuer- und darunter gesehen Nettoergebnis aus mit Steigerung von 10 bis 18 Prozent, insbesondere in den Jahren 2024 zu 2025. Dazu sorgt auch die Bewertung und der Kurs gerade für eine interessante Einstiegsmöglichkeit, zumindest für diejenigen, die Adobe auf dem Zettel haben. Auch wenn man das aktuelle KGV von rund 35 wohl nicht allgemein hin als günstig bezeichnen kann, konnte man Adobe in den letzten Monaten und auch jetzt noch mit 35 so günstig kaufen wie zuvor in den letzten 13 Jahren nicht. Klar, etwas vom Potenzial ist schon wieder eingepreist durch den Anstieg vom Tief bei 275 US-Dollar und jetzt auch der Überwindung des Widerstandes bei 351, wofür ja die besonders guten Quartalszahlen am 15.03. verantwortlich waren. Aber dennoch bleibt noch Luft nach oben. Sollte der Widerstand bei 351 US-Dollar jetzt als Unterstützung nach unten dienen und halten und Adobe weiter mit guten Nachrichten glänzen, ist der Weg Richtung 400 und dann 445 US-Dollar als nächste Widerstände doch realistisch möglich. Wir werden es ja sehen, denn ich kaufe nun auf euren Wunsch hin Adobe im Monat April 2023 für das Finanznet-Depot und Gründe dafür gibt es mehr als genug, wie wir gesehen haben. Und ja, was soll man sagen, die in diesem Monat unangefochtene Nummer 1 habt ihr wieder auf den Thron gehoben. Und das ist im April der MSCI World. Und ich bleibe dabei, das ist auch gut so mit eurer Wahl, denn seitdem er immer wieder von euch gewählt wird, ist das Depot einfach nicht mehr so schwankungsintensiv wie vorher. In der Praxis würde ich den ETF-Basisanteil natürlich auch etwas stärker gewichten. Wir kaufen beim Finanznet-Depot ja alle Titel in gleichem Maße. Aber es läuft auch jetzt schon immer besser und das Finanznet-Depot hat sich auch in diesem Monat wieder positiv entwickelt. Was wir uns jetzt genauer anschauen mit dem Depot-Update und der Verlosung. Auch seit dem letzten Finanznet-Depot-Video für März hält der Aufwärtstrend bei uns an, gerade in den letzten Tagen. Nachdem die bisher noch Mini-Banken-Krise rund um die Silicon Valley Bank, Credit Suisse und ein paar anderen für eher geringere Turbulenzen an den Börsen sorgten, ging es für unser Depot dennoch nach oben. Wir haben ja bis auf Square und PayPal eigentlich auch kaum Finanztitel. Und so ging es von minus 1.948 Euro beim letzten Mal auf nur noch minus 1.302 Euro nach oben. Also immerhin plus 645 Euro in knapp vier Wochen. Zum Vergleich der MSCI World verlor im selben Monat 1,06 Prozent. Zu der guten Entwicklung haben in den letzten 30 Tagen besonders C, Nvidia, Amazon, Adobe, Meta und ein paar weitere mit plus 10 Prozent und mehr beigetragen. Auf der Verliererseite stehen dafür ganz unten Biko, Square, Jinko Solar, Nelasa und weitere. Aber ihr wisst es, die Performance, die wir jetzt erreicht haben, verlosen wir einmal im Monat. Immer aber mindestens 200 Euro und das unter allen teilnehmenden Kommentaren des letzten Monats mit dem Hashtag Finanznet-Depot und einem Aktien- oder ETF-Wunsch. Ihr könnt also nur gewinnen und die 645,73 Euro in diesem Monat hat gewonnen Daniel Schneider. Herzlichen Glückwunsch, bitte melde dich innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung des Videos per Mail bei uns an info.finanznet.de mit einem Nachweis, dass dir der Account gehört. Allen anderen wünsche ich mir natürlich ganz viel Erfolg für die nächste Runde, nutzt jetzt die Chance, vielleicht schon im nächsten Monat selber gewonnen zu haben und das mit einem einfachen Kommentar. Als kleine Unterstützung unserer Arbeit und Recherche würden wir uns außerdem freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst, damit du keines unserer Videos mit Aktienanalysen und Finanztipps mehr verpasst. Wir freuen uns auf dich, bis zum nächsten Video, dein Finanznerd Simon.